Exportieren als PDF wählen. Dann gibt es hier, ich glaube, Sie sehen, die Möglichkeit Tag PDF, das ist hier angeklickt. Dann kann man theoretisch auch die Notizen exportieren, das will ich jetzt nicht. Sie können Lesezeichen exportieren, Sie können Formulare exportieren, haben wir jetzt eh keine. Ja, Sie können dann noch verschiedene andere Einstellungen machen. Bei den Sicherheitseinstellungen, wenn Sie die aktivieren, dann sehe ich jetzt nicht, aber unten. Als letzte Option unter gewissen Umständen mit Unterstützung der Zugänglichkeit muss auf jeden Fall angeklickt bleiben, wenn Sie hier Sicherheitsrestriktionen dem PDF-Aufall legen.